oder auch nicht warum nur warum ist es immer bei diesen gegnern immer bei diesen gegnern da kriegt man echt immer also ich glaube wirklich dass das ding hier irgendwann im live stream holen werde so komm her und gib mir was okay ab zum boss ach ja na komm schon ein so jetzt stirbt 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 wird es eben heute wieder mal ein normaler run mit judas das nervt mich ja schon gerade so ein bisschen es lief so gut bis zu dem einen raum wieder und dann wisst ihr was ich hätte mal wieder lust auf brimstone was soll das ganze nehmen wir brimstone mal wieder mit aber ihr merkt schon irgendwie bekomme ich ja teilweise wirklich dieselben items so weiter geht's werden wir das ganze mal ein bisschen beschleunigen mit brimstone so nö shop lohnt nicht aber den item raum hätte ich schon noch gerne da es ja eh im prinzip gerade egal ist nehmen wir natürlich alles mit was wir kriegen können ekelhaft richtig ekelhaft so was war das eigentlich ach so das halbe herz hier auch der dead bird also nun werden die items irgendwie immer mistiger halt da lag geld schnappst ihr tiger und gib mir nichts so jetzt aber kiste war es doch schon geiziger lümmel also ich glaube den bumfriend werde ich mir nicht nochmal mitnehmen hmm oh ne ist es nicht wert ich habe nur so wenig schlüssel was hätten wir denn noch ne 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 muss ich nicht haben muss ich nicht haben zack ja genau jetzt wird er geslowt sauber ne ne lasst mich mit dem pillen in ruhe möchte ich nicht haben in dem run also schaden ist im moment muss ich wirklich sagen da na klasse und du noch okay dann hätten wir das hier auch und dann geht's ab zum boss ich bin ja mal gespannt was für ein boss wir jetzt bekommen ach wir sind ja schon beim armen ganz vergessen zum ich bin ja 92 Ja, das artet den Stress aus. Oh, schön. Ein HP-Upgrade. Und ein Tears Up. Das Tears Up ist jetzt nicht so der Bringer. Ab in die nächste Ebene. Das heißt, wir bekommen wieder den fünften Herzcontainer dazu. Soll in Ordnung sein. Soll in Ordnung sein. Och, nö. Ihr wisst ja, was das wieder heißt. Blackscreen. Aber wenigstens ging es diesmal relativ fix. So schnell konnte ich nicht mal trinken. Wir haben das Polaroid, aber bekommen es nochmal. Warum auch nicht. So, hier nach unten. Pille, soll mir egal sein. Hier nach unten. Ach, wir haben ja Womp XL. Wollte gerade sagen, könnte sich Brimstone vielleicht mal aufladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich hier schon wieder? Irgendwie bräuchte ich mal so ein paar Herzen. Ey, laufe ich da wirklich voll rein? Kann es denn möglich sein? Ach komm, gib mir doch Herz zum Bettler. Gib mir ein Herz. Oder auch nicht. Ein halbes. Zumindest etwas. Komm schon. Und zack. Und zack. Und zack. Verstecken wir uns mal ein bisschen hinter den Steinen. Äh, das hätte ich gerne. Bleibst du wohl da? Äh, nee. Nee. Boah. Nein. Fischhead. Nee, den Fischkopf kann ich nicht brauchen. Sag mal, wo ist denn hier der Boss? Ne Pille. Ach komm, behalt doch deine Pillen. Mit Kane würde ich mir jetzt einen Arsch weg freuen. Aber doch nicht so. Boah. Muss das denn sein? Ach ja klar, auch noch Piep. Boah. Er gibt mir natürlich kein Herz. Warum auch. So, ähm. Ist der Boss, beziehungsweise unsere beiden Bosse vielleicht hier links? Komm her. Äh, zack. Oh, mein Herz. Ne, ne, ne. Das ist, das ist nicht normal. Oh. Herz. Oh, nach unten vielleicht? Äh, zack. Ach ja. Na, guck dir mal einer an. Schlüssel und Bomben nehme ich natürlich immer gerne mit. Oh, und wir bekommen Death. So, komm her. Oh. Oh. So, oben Oben Und da muss ich auf unten warten So, eine Cube of Meat Dann hole ich mir eben mal Die Herzen hier unten Sicher ist sicher Denn ich weiß ja nicht Wie ich beim Morgen wieder eine auf die Nuss kriege So It lives Aber was sonst Oh Ach nee, nicht auch noch Monstro Wow Oh du noch Ihr könnt nix Ach der Cube of Flies Soundpark Wie immer mal Na komm schon mal Zieh dich nicht so Stirb einfach Dankeschön Und wir gehen ins Licht Wie immer Einmal in die Cathedral So Der ging schnell Schlüssel Weiter geht's Ja hier bin ich schon wieder Um mein Brimstone froh Wow Denn so kann ich ein bisschen Hier durch die Steine schießen Äh Gehen wir mal nach unten Aha Nicht der Headless Horseman Aua Bleiben wir mal raus hier Sicher ist sicher Einmal hier nach links Aua Der war jetzt gemein So weiter geht's Wow Und da balle ich auch noch daneben Komm stirb Oh geht doch Wo ich hier nur immer Ab und an ein bisschen Konzentrieren Wow Aua Äh Warum muss ich hier immer Die falschen Wege gehen Auch noch Sowas Na komm Lad auf Boah So Ein Seelenherz Ich brauch Herzen Na ciao Au Äh So Soll das jetzt zu weit gehen Okay Mal gucken wer schnell aufgibt Ich glaub das bist dann du Na klasse Und jetzt droppt der zwei Herzen Ach scheiße Und ich hab nicht aufgeladen So Auf geht's zu Isaac Judas this is Isaac Oh hier schön das Buch zünden Mal gucken ob wir diesmal mit Brimstone weiterkommen Oh komm schon Oh komm schon Ich hab hier den Cube of Meat und zwei Halo Flies Also hier die Halo Flies Ein Aua Das war Das war mitten ins Gesicht Wow Der war knapp So Mal kurz die beiden Nein Nein So Ich hol mir mal kurz da unten die zwei Herzen Und dann geht es ab in the chest Abwärts So was hätten wir hier denn Ja ne Ja nehmen wir mal alles mit Und nach rechts Äh Geht's noch Nein Heftig Also die Kombi ist wirklich heftig Mit einem Ultra War Oder was das ist So Da bekomme ich wenigstens ein Herz wieder Ja Ne Missing Page möchte ich nicht haben Hallo Daddy Au Au Kann es denn sein Dass er so oft hier seine Beine einsetzt So Bombe Keine Herzen Wohin 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 einmal hier nach rechts. Genau, charge doch mal. In zwei verschiedene Richtungen. Ach Gott, ist aber auch zu heftig gewesen hier die Räume. Ja Leute, ich hoffe, der Run hat euch gefallen und im nächsten Run probieren wir es wieder, das No Damage Achievement zu bekommen. Und deshalb würde ich auch sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.